Städte und Dörfer lagen in Trümmern. Die Menschen standen vor den Scherben ihrer Existenz und litten Hunger. Auch in der Region Neckaralp hat der Zweite Weltkrieg seine Spuren hinterlassen, die zum Teil bis heute noch sichtbar sind. Doch nach den schwierigen Nachkriegsjahren kam mit der Währungsreform 1948 der Aufschwung. Die Ausstellung Cadbury und Käferkauf von der Nachkriegszeit in die 50er Jahre im Dorfmuseum Ahnenhaus in Blitzhausen nimmt ihre Besucher mit auf eine kleine Zeitreise in die jüngere Vergangenheit. Kaum genug zu essen auf dem Tisch. Fremde Menschen im eigenen Bett, aber wenigstens nicht auch noch am eigenen Herd. Die Nachkriegszeit war bestimmt von politischer Unsicherheit, einer Wirtschaft, die am Boden lag, Missernten und der Zwangseinquartierung von Flüchtlingen. Die Geschichte wird eben von den Siegern geschrieben. Und so mussten sich die Verlierer des Zweiten Weltkriegs wohl oder übel mit den Gegebenheiten arrangieren. Die Nachkriegszeit war hier geprägt von der französischen Besatzung. Wir haben hier in Blitzhausen ist das alles französische Besatzungszone gewesen. Die amerikanische Besatzungszone begann drüben in Hamet-Weil, das ist ungefähr zwei Kilometer weg von hier. Und die Menschen haben natürlich sehr wohl gesehen, dass es unter dem Amerikaner etwas leichter war wie hier unter der französischen Besatzungszone. Man muss einfach denken, dass die Franzosen selber wenig hatten zum Essen oder von materiellen Gütern und sich da dann natürlich auch etwas genommen haben. Die Menschen vor Ort lebten überwiegend von Selbstangebautem, das sich durch Einwecken haltbar machen ließ und von der Landwirtschaft kein leichtes Durchkommen. Härter noch traf es aber diejenigen, die sich nicht selbst versorgen konnten, die Geflüchteten und Vertriebenen. Die haben natürlich unter Bezugsscheinen, konnten die nur was kaufen, Bezugsscheine für Kleidung, für Schuhe, für Lebensmittel, alles war rationiert, kontingentiert. Und erst nach der Währungsreform 1948 war es möglich, waren die Läden plötzlich wieder voll und man konnte sich peu a peu ein bisschen was kaufen. Bei einem Stundenlohn von 75 bis 95 Pfennigen für junge Frauen oder auch mal 1,20 Mark für einen Facharbeiter mussten sich die Menschen größere Anschaffungen, beispielsweise nützliche Küchenhelfer, jedoch erst einmal zusammensparen. Fernseher oder so haben wir immer gedacht, dass sich die vielleicht das angeschafft haben, aber es kam erst Ende der 50er, häufig erst Anfang der 60er Jahre. Das war nicht das erste, das primäre, sondern man hat eine Waschmaschine gebraucht, ein Halbautomat versteht sich kein, Vollautomaten, eine Schleuder. Das, was eigentlich den Arbeitsalltag etwas erleichtert hat. Und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung kam bei vielen, wenn auch längst nicht bei allen, eine gewisse Lebensfreude zurück, die während der Jahre der Not verloren schien. Ja, die älteren Leute waren natürlich sehr verhalten in ihrem Alltag mit ihren Anschaffungen, weil sie dem Frieden sozusagen nicht getraut haben. Man muss sich einfach auch die politische Lage noch vorstellen. Die jungen Leute waren voller Hoffnung, die hatten jetzt Arbeit. Und auch wenn sie gering verdient haben, aber sie konnten sich wieder so treffen, wie sie das wollten. Man ging hin und wieder zu Tanzveranstaltungen, man ging ins Kino. Das war einfach ein Stück Lebensfreude im Alltag, was wenn man da hat, am Wochenende sich dann einfach ein bisschen vergnügen können. Auch Ausflüge mit dem Rad und sei es nur zum nächstgelegenen Baggersee oder gemeinsame Betriebsausflüge waren wieder möglich. Die junge Generation hatte erstmals die Gelegenheit, ein wenig über den Tellerrand zu blicken. Ein Stück hart erkämpfte Freiheit, mit der man die schlimmen Jahre der Nachkriegszeit allmählich hinter sich lassen konnte. Wir haben immer gefragt, was hätten sich denn die Leute gewünscht. Das haben wir unsere Zeitzeugen gefragt und sie haben gesagt, sie hatten gar keine Wünsche. Sie durften vorher keine haben und hatten auch nachher keine. Das ist eigentlich das Erstaunliche für uns gewesen. Wer das Lebensgefühl der Nachkriegszeit und der 50er Jahre selbst vielleicht sogar noch einmal erfahren möchte, eine besondere Gelegenheit dazu bietet der Aktionstag am kommenden Sonntag ab 14 Uhr. Unter anderem mit originalen Leckereien aus der Zeit. Ansonsten ist das Museum zwischen Mai und Oktober jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.